Mein Projekt heißt CARE, das Center for Advanced Research and Education. Das Projekt ist eigentlich 2014 entstanden im Rahmen eines universitären Studios, in dem ich mich mit dem Areal auseinandersetzen wollte. Und es immer klar war, dass es wäre ein utopischer Forschungscampus, der möglich ist. Und der Hauptpunkt an dem Konzept war, das Spannungsfeld zwischen Natur und Stadt herauszuarbeiten, weil ich glaube, dass das das große Thema der Generation ist, in Bezug auf Klimawandel, Ressourcenknappheit und wachsenden Städten und Urbanisierung. Und dass es da der perfekte Punkt ist, die Forschung an diesem Brennpunkt Peripherie und Stadt zu schaffen. Die Suche nach einer Neunutzung des Areals laufte schon seit Jahren. Und für mich war es dann ausschlaggebend zu schauen, wie baut man so auf der Art, ohne zu bauen, ohne das Areal voll zu bauen. Und für mich war es klar, ich möchte die Aufmerksamkeit auf den Grünstreifen vor dem Areal legen, weil der ja auch Grundstück des CAFs ist, des Krankenanstaltsverbunds. Und dadurch, dass die Politik der Stadt relativ locker ist, Hauptsache es wird gebaut, dass man einfach mal vorgibt, hier auf dem Grünstreifen kann man wirklich etwas schaffen, baulich, das groß ist, Volumen hat und repräsentativ ist, ohne das Areal selbst anfassen zu müssen. Und da ist, deswegen ist bei mir dieser künstliche Hügel vor dem Areal entstanden, der praktisch diesen Blick über die Stadt und über die Natur gleichzeitig wirft und ein offenes Tor an der Grenze des Wachstums, so habe ich es genannt, identitätsstiftend sein soll, um Touristen und Bürgerinnen in das Areal zu holen, um sich ein Stück Wissen, Erforschtes und ein Stück Natur wieder zurück in die Stadt holen zu können, damit die gesamte Bevölkerung an der Bewusstseinsschaffung und Bildung teilhaben kann.